Aber schaffen wir. Sieht gut aus. Und wir haben das heute wirklich perfekt. Selten Erfolg bald. Beende ein Level mit mindestens 10 lebenden Bäumen. Oh krass, das ist wirklich ein krasser Erfolg. Darauf ein Schluck Kaffee. Geil. Guten Tag meine lieben Zugucker und willkommen zu Brotate und zurück. Nice, ich hab Bock. Was werden wir denn hier mal für einen nehmen? Ich will mit einem Holzfällerhemd anfangen. Und dann noch den Lehrling. Na komm, wir machen hier den Entdecker. Wie ihr gesehen habt im letzten Part, wir können hier sehr sehr viele Leute aufsammeln. Das ist ganz cool. Dementsprechend machen wir den Entdecker mit. Fackel wäre halt eigentlich ganz nice, gille. Weißt du was, wir machen mal den Zauberstab. Pew, pew und so. Na hier haben wir noch nicht. Let's go. Ah, so. Oh, der macht aber nicht so viel Schaden. Und ich krieg einen Erfolg für... Ich hab keine 5 Minuten gespielt. Ich hab keine 5 Minuten gespielt. Ich krieg schon einen scheiß fucking Erfolg. Komm, mach mal hier oben drauf. Danke. Oh, fuck shit. Fuck, 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 fuck. Das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht so gut mit dem Zauberstab. Der ist echt nicht gut, gell. Also, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, der ist nicht gut. Scheiße. Was machen wir denn hier? Machen wir mal die Faust und die Linse. Ja, komm, let's go. Let's go, go. Wow. Ja, als Herr damit. Level-Aufstieg. Perfekt. Können wir den nämlich hier so ein bisschen boxen. Was auch sehr gut ist. Das brauchen wir ja. Und in der Zeit, während der hier macht. Kaffee trinken. Ganz wichtig. Kaffee ist Liebe. Und dementsprechend... Nein, nein, nein. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange der Park das letzte Mal ging. Aber schon so ein bisschen, gell. So, ich glaube, so 20 Minuten ging das schon. Wahnsinn. Minus drei Schaden. Kritsche. Den verwerten wir. Brauchen wir nicht. Was nehmen wir denn mal? Max LP. Und LP Regeneration. Haben wir irgendwas cooles? Kochenes Wasser. Das ist ein Item. Laser. Waffe. Okay, komm. Hm. Was machen wir denn mal? Gute Frage, ne? Komm, wir machen... Wenn ich das jetzt hier auswähle und neu würfeln. Ich kann auch neu würfeln, gell? Oh, wow. Das ist ja richtig reulich jetzt. Scheiße. Das ist ja doppelt reulich. Okay, wir nehmen die Turnierlanze. Wir können... Haben hier keine andere Chance. So, aber wir können hier die Items holen. Das sieht auch okay aus. Es ist schon ganz anders. Es ist schon ganz anders, wenn man jetzt mit einer... Mit einer Nahkampfwaffe schießt und mit einem Zauberstäbchen, als die ganze Zeit mit... Ich weiß gar nicht, was wir da hatten. Äh... Mit... Mit... Mit Schusswaffen oder so. Das ist ja was ganz, ganz anderes. Ich hab das Gefühl, das ist hier ein bisschen knackiger. Ja. Nein. Boah. Fick dich. Sehr gut. Das hat geklappt. Und jetzt haben wir hier... Ja. Sehr gut. So, Gekko Baby. Nehmen wir. Max Herz auch. Was haben wir hier? Angriffstempo. Ja, der ist doch eigentlich ganz geil. Spawn mehr Bäume. Das ist auch gut. Und... Nein. Das nehmen wir. Nein! Die Blitzklinge. Die sperren wir. Die sperren wir. Die will ich auf jeden Fall haben. Die nehmen wir mit. Die will ich haben. So. Komm her, du Bäumchen. Mehr Bäumchen. Mehr Items. Mehr Items. Mehr Stuff. Keine Ahnung. Äh. Also viel mehr Stuff. Viel mehr Erholung und Erfahrungspunkte und eine ganze Bumse. Ah. Hilfe. Nein, ich geh mir jetzt nicht auf den Sack. Geh weg. Geh weg. Ah. Ja. Ach, hier die Bäumchen. Die holen wir. Wow, jetzt wird sie aber auch ein bisschen knackig. Nicht wieder. Das sind noch Bäume. Oh, das war knapp. Ich hätte fast das Item verpasst. Setzendes Item nehmen wir mit. Tempo nehmen wir auch. Und die Blitzklinge. Nice. Die nehmen wir. So, was nehmen wir noch? EP gewinnen. Fuck. Das behalten wir. Und wir können noch mal neue Würfel, gell? Sehr gut. Wir könnten noch eine Toilierlanze nehmen, weil die können wir nämlich dann jetzt kombinieren. Perfekt. Und let's go. Ihr wollt doch alle auf die Fresse. Komm her. Ich hab's jetzt gar nicht gesehen. Können wir, wenn wir jetzt pro Level, also quasi, wenn wir jetzt hier in der Ebene fast raufgehen und nur noch so 10 HP haben oder so, wird das dann, ich glaub ich muss das mal testen, wird das dann bei der nächsten Welle, wird das zurückgesetzt oder hab ich dann genauso viel HP wie am Ende der einen Welle? Müssen wir ja gleich mal testen. Ich mach hier erstmal die... Oh, ja. Ja, das ist gut. Oh, das ist auch okay. Aber das gibt hier... Oh, Bäumchen. Ja, das ist okay. Ich will nur ein bisschen Schaden haben. 19. Wir haben... Ah, okay. Gut. Es wird aufgesammelt. Bisschen wir Bescheid. Das nehmen wir. Nahkampfschaden. Wir haben ja nur Nahkampfwaffen. Blitzklinge. Perfekt. Gib mir den Bums. Mütze Tempo. Gib mir den Bums. Scheiße, ich hab die Narbe vergessen. Egal. Weiter geht's. Ich find's so... Irgendwie, es macht Bock. Also es ist... Es ist so ein einfaches Spielprinzip, aber es macht irgendwie Fun. Funny Fun. Wirklich. Ist jetzt kein Game, was ich jetzt dauerhaft spielen würde. So, keine Ahnung, 30, 40 Stunden. Wobei es bestimmt Leute gibt, die da über 100 Stunden reingebuttert haben in das Game. Aber es ist halt immer wieder interessant. Ja, ja, ja. Das ist... Ah, danke. Wollte grad sagen, lass mir ein bisschen... Lass mir ein bisschen Kaffeezeit hier. Oh, das hat sich hier auf jeden Fall sehr gelohnt. Wah. Wah, Digga. Hilfe. Nein, 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 nein. Leck mich. Die Bäume nehmen wir mit. Ah. Ich wollte gar nicht so viele Bäume fällen, aber ich wollte ja gucken, dass da irgendwelche Items drin sind. Das nehmen wir mit. Oh, den Kleber halten wir auch. Pass mal auf. Das entsperren wir, brauchen wir nicht, aber den Klee nehmen wir. So. Ähm. Weiter geht's. Welle 7. Ist ja bisher noch, äh, einfach so weitgehend. Also so halb. Ich muss halt einfach nur gucken, dass wir hier die ganzen Gegners irgendwie platt machen. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe, kriege ich dann trotzdem... Oh, ja, okay, ich krieg Schaden. Ja, ja, die sind... Die sind doch stärker als gedacht. Puh. Ich würde halt einfach gerne wissen, wie viele Wellen... Oh, oh, oh. Ich wollte gerade sagen, wie viele Wellen wir überleben müssen, dass wir zu einem Boss kommen. Weil es gibt Bosse, habe ich gelesen hier in dem Game. Ich glaube sogar in den Einstellungen habe ich gesehen, dass es Bosse gibt. Deswegen wäre ich einfach mal gewählt. Oh, oh. Wenn das so weitergeht, ist das nur eine kurze Runde. So ein Nahkampf ist gar nicht so geil tatsächlich. Wir sollten auf jeden Fall gleich mal gucken, dass wir auch eine Fairkampfwaffe kriegen. Ein Nahkampf ist ja anstrengend. Sehr anstrengend. Technik, ja, nehmen wir. Reichweite ist auch sehr gut. Hier, Ernte noch besser. Dann können wir nämlich hier... Raketenwerfer. Sperren wir uns. Und Item nehmen wir uns. Sagen wir die Panikwurst. Angriffe haben eine Chance von... Ja, okay, komm. So, weiter geht's. Ah, fein, die fallen. Oh, das sind die... Oh nein, das sind die... Oh, die sind stark. Das könnte jetzt tatsächlich ein bisschen hässlich werden hier. Weil die sind nicht ohne. Da müssen wir jetzt wirklich... Ja, es ist jetzt wirklich ein bisschen fordernd, das Spiel. Das macht ja jetzt richtig... Das macht ja noch mehr Spaß. Weil beim anderen Part war es hier die ganze Zeit nur so ein bisschen warten und killen und pipapo. Aber hier ist es ja wirklich mal ein bisschen ausweichen und backen und... Cool. Ja. Vor allem draufgehen. Das ist halt... Hier, guck dir das an. So geht's doch. Irgendwie. Wie viel Zeit haben wir noch? Okay. Ja. Oh. Oh, 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 oh. Nicht gut. Item haben wir. Dürfen wir nicht draufgehen. Zwei Items haben wir. Und Snack. Yes. Snacks haben wir. Und nicht mehr so viel. Aber schaffen wir. Sieht gut aus. Und wir haben das Item gekriegt. Perfekt. Selten Erfolg. Wald. Beende ein Löffel mit mindestens zehn lebenden Bäumen. Oh krass. Das ist wirklich ein krasser Erfolg. Darauf einen Schluck Kaffee. Geil. Hm. Furchtzwiebel haben wir. Das nehmen wir auch. Taschen nehmen wir. Kritschaden. Perfekt. So. LP Regeneration beginnt. Ne. Das ist scheiße. Aber den Raketenwerfer nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Huiuiui. Bam. So. Jetzt ist die Frage. Was ist denn mit der Schere? Die macht wie viel Schaden macht die Schere? Das ist echt. Okay. Krass. Oh. Der macht nicht so viel. Komm. Den verwerten wir. Und dafür haben wir uns das Scherchen. Ähm. Das sperren wir. Und weiter geht's. Man kommt so ein bisschen rein langsam in das Game. Das macht Spaß. Oh. Oh. Hä? Oh. Das ist ein Geschütz. Fein. Fein. Oh ja. Jetzt geht's doch hier ab. Hier. Ich wünsche ich hätte ein Raketenwerfer vorher schon gehabt. Guck dir das an. Jetzt kriegen wir hier ganz viele Geschütze oder was? Alter. Wie geil. Und wir kriegen trotzdem ziemlich auf die Fresse. Müssen wir aufpassen. Baa. Okay. Okay. Wir müssen hier wirklich aufpassen. Das ist nämlich hier echt nicht ohne. Alter. Wie viele Geschütze sind denn jetzt hier? Okay. Das geht's. Geht gut ab. Gefällt mir. Als weiter. Bald sind wir Level 11. Bald habe ich viele Bäume. Klass. Wie viele Items habe ich schon aufgesammelt? Nur eins bisher. Aber macht nichts. Boah. Digga. Das ist Hilfe. Das sind immer mehr. Oh. Oh. Der hat. Der hat gut Schaden gemacht. Scheiße. Uh. Müssen wir wirklich. Digga. Alter. Nehmen wir alles mit. Verkampfsschaden. Tempo. Nehmen wir mit. Angriffstempo. Das ist gut. Energiearmband. Pistole. Alienwurm. Jetzt ist die Frage. Das nehmen wir ja noch mit. Wir machen hier hauptsächlich nur mit den Items. Verwerten. Back damit. Pistole nehmen wir. Das Item nehmen wir auch. Traurige Tomate. Let's go. Und Feuer frei. Kann ich das hier auch noch verbessern? Ich kann doch mal Würfel oder was? Cool. Ähm. Ja. Hätte ich hier tatsächlich. Das sperren wir mal. Ich hätte hier nämlich. Die Schere tue ich nämlich dann einfach gleich weg. Können wir uns nämlich. Äh. Oh geil. Hm. Den Blitzschlaf rollen. Oh ja. Das ist auf jeden Fall ein krasseres Angriffstempo. Ach du Scheiße. Oh nein. Ich hab vergessen. Ich hab ja den einen Perk ausgewählt mit 50. Dass wir zwar mehr ganzen Bums haben. Aber 50% weniger Leben. Fuck. Das war dumm. Aber. Nichts was wir nicht hinkriegen. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Guck dir das an. Schaffen wir bisher. Das sind viele Bäume. Die machen mir Platz. Hilfe. Wah. Wut. Was hat noch. Ah. Es geht. Alter. Wut. Das ist der Wahnsinn. Geben wir den. Geben wir den Baum. Wie viele Items haben wir denn? Alter. Drei Stück. Drei Items haben wir aufgesammelt schon. Das ist gut. Kriegen wir noch ein viertes. Erfassen. Noch ein weiteres. Da ist eins. Perfekt. Fünftes Item. Ach du Scheiße. Das hat sich definitiv gelohnt. Den verwerten wir. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Das nehmen wir auch. Das tun wir weg. Nahkampfschaden nehmen wir mit. Blutedel. Was haben wir hier? Revolver war geil. Guck dir das an. Ähm. Die Schere. Komm die verwerten wir. Dann nehmen wir nämlich hier die Blitzklinge. Weil. Das ist eigentlich ganz geil. Können wir nämlich jetzt die Blitzklinge nochmal kombinieren. Perfekt. So. Was ist das? Nehmen wir. Blutedel. Ähm. Revolver nehmen wir auch einfach mit. Jetzt haben wir es. Perfekt. Weiter geht's. Oh. Wieder direkt ein Item. Perfekt. Seht ihr mal. Wir werden direkt angeheilt. Das ist richtig gut. Oh. Die sind stark. Die Viecher. Aber es geht. Haltet ja irgendwie viel aus. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Dass ich so viel aushalte tatsächlich. Wow. Müssen auf jeden Fall aufpassen. Zwei Items haben wir. Und noch ein Level Up. Perfekt. Boah. Boah. Okay. Jetzt wird es hier wirklich ein bisschen hektisch. Okay. Nicht mehr so viel HP. Immer ein bisschen mehr als. Oh ja. Nice. Wah. Gib mir den Scheiß. Boah. Digga. Es wird. Vier Items. Da ist die fünftes. Das war auch schon wieder knapp. Mann. Scheiß die Wand dann. Das war gut. Perfekt. Klebeband. Nehmen wir. Glück. Nehmen wir auch. Das nehmen wir nicht. Das nehmen wir nicht. Das nehmen wir. So. Das Ausweichen nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir jetzt die Pistole 3. Digga. Geil. Nehmen wir mit. Komm. Gib mir die Pistole. Perfekt. Metalldetektor. 5%. Den Wert aufgesammten Materialien zu verdoppeln. Turnierlanze. Ne. Aber Gartenschere ist ganz geil. Die kommt weg. Und die Gartenschere nehmen wir mit. Können wir nämlich direkt beide machen. Wenn ich jetzt hier so rüber gehe. Ne. Das geht nicht. Einfach nur hier direkt los. Neue Welle. Anstrengend so ein bisschen. Aber wieder ein neues Item. Perfekt. So. Die Gegner machen wir doch hier einfach platt. Geht das an. Geil. Ah. Die sind. Die großen. Die sind. Die sind stark. Die halten zu viel aus. Sie halten zu viel aus. Uah. Sind zu heftig. Nerve 14. Nice. Oh Gott. Da ist noch ein großer. Uah. Oh oh. Item. Gib mir das Item. Fuck. Okay. Die sind. Können wir die platt machen? Ja. Easy. Also es läuft. Man kommt so ein bisschen. Oh. Oh. Aufpassen. Man kommt so ein bisschen rein mit der Zeit. Aber man muss hier wirklich. Man darf hier nicht mehr einfach stehen bleiben. Und das ist das leichteste Schwierigkeitsgrade. Hatte ich nicht auch irgendwie gesagt, dass es super einfach ist bisher? Man sollte das Spiel nie vor dem Abend loben. Verdammt. Aber es sieht gut aus. Ich glaube die Welle schaffen wir auch. Ja. Oh. Das war viel Geld, was wir gekriegt haben. Eine Schubkarne. Nehmen wir mit. Ist doch Ide. Ne. Das kommt weg. Die Rüstung kommt auch weg. Das kommt auch weg. Schade. Alles blöd. Lebensanzug. Krittschaden. Nehmen wir. Glaskanone. Ja okay. Weg damit. So Klebeband. Nehmen wir. Tempo Glück. Ne. Glück bleibt. Aber wir können auch mal neu würfeln. Turnierlanze. Sehr gut. Die können wir nämlich gerade kombinieren. Perfekt. Können wir nochmal würfeln. Weisheit. Perfekt. Guck dir das an. Dann können wir die Blitzklinge auch nochmal kombinieren. Wunderbar. So die Weisheit. 5% Schaden. Alle 5 Sekunden bis zum Ende der Welle. Minus 20 Sekunden. Ne. Das ist scheiße. Das ist schlecht. Das nehmen wir mit. Perfekt. Ich glaube wir sind gerüstet für die nächste Welle. Let's go. Oh ja. Oh ja. Das sieht. Das sieht gut aus. Schön auf die Gegner drauf. Können wir in der Zeit noch mal ein bisschen. Kaffee trinken. Richtig. Oh oh. Hm. Ja. Gut. Gut, 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 gut. Wie die Ballen mit. Oh Gott. Ne, machen viel Schaden. Leck mich am Arsch. Das sieht aber gut aus bisher. Guck dir jetzt an ein Item. Her damit. Oh Gott. Noch ein Item. Boah. Oh Gott. Ja okay. Die sind hart. Noch mehr. Halt. 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 Scheiß die Wand an, Mann. Ohne Mist. Das ist so verrückt. Dass hier einfach alles reingeht. Crazy. Boah. Aber. Das haben wir geschafft. Oh. Viel Geld. Das nehmen wir. Das nehmen wir auch. Da. Weg damit. Nehmen wir. Nehmen wir. Beine. Tempo. Ernte. Ausweichen. Glück. Wir machen Glück. Wir brauchen viel Glück. Medaille. Das ist ein Item. Nehmen wir. Also 20% mehr. Bums. Einzigartige. Als Her damit. Neu. Was haben wir noch? Schubkarre. Ja okay. Komm. Nehmen wir. So. Das Ding ist eigentlich ganz geil. Tatsächlich. Besser als die Gartenschere. Glaube ich. Komm wir behalten. Ich würde das Ding gerne sperren. Danke. So. Welle 15. Ich weiß nicht wie lang es geht. Oh ja. Alter. Was ist jetzt. Okay. Also wir machen. Oh. Aufpassen. Die Geschosse sind stark. Ach du Scheiße. Wir dürfen die Gegner glaube ich auch nicht überrühren. Ich glaube dafür gibt es auch Schaden. Das ist mir jetzt so noch nicht aufgefallen. Oh Gott. Vielleicht geht es. Wenn wir so weitermachen. Dann sind wir gleich im Arsch. Als Her mit dem Snack. Oh je. Oh Gott. Ein Item haben wir. Na Gott. Jetzt muss ich nicht kratzen. Jetzt. Nein. Nein. Scheiße. Ich musste mich kratzen Mann. Ich musste mich kratzen. Ah. Scheiß die Wand an. So. Haben wir irgendwas freigeschaltet eigentlich? Nö. Glaube nicht. Oder haben wir den Vielfraß freigeschaltet? Den Vogel. Den Kryptid hatten wir noch nicht. Ich glaube den haben wir jetzt freigeschaltet. Fortschritt. Also. Ich kann es euch halt wirklich. Guckt mal. Fortschritt. Was ist denn hier? Fortschritt. Okay. Da haben wir. Was ist das? Kann ich das aktivieren? Das macht gar keinen Sinn. Option Credits. So. Das war es eigentlich. Meine lieben Zugucker. Da mache ich jetzt hin. Hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein. Passt euch auf. Und tschüss. Ciao.